Oha Fick dich du dummste Spiel Ne, doch Alter, ganz ehrlich Meine Fresse habe ich jetzt in Schrecken gekriegt Das gibt's gar nicht Ey, da hinten steht ein Creeper Dem haue ich mal schnell die Fresse voll Geh kaputt du scheiß Creeper Geh kaputt jetzt Gut, jetzt ist das Wasser weg So, ich denke Fäden haben wir jetzt auch erst mal mehr als genug Und Saphire auch Was man auch immer die gebrauchen kann Zwei Uranerze gefunden Oh, zwei Ja, auf einmal Das ist gut, das ist gut Das ist sehr selten Wir haben eine gute Map Und ich glaube ich bin gerade in letzter Zeit etwas leise gewesen, oder? Nö, das sieht irgendwie aus So aus Nö, nö, das geht Ich habe ja Retzlarm gefunden Dann muss ich wieder richtig ausbalancieren Dann beim Rändern Das ist ja kein Problem Das ist Tumsen, oh, hallo Ja, Spinne ist okay So, wir nehmen hier mal die Schienen mit Ich weiß nicht wofür, aber die Schienen können wir bestimmt mal gebrauchen Ich höre hier auch Spinnen, Alter, ist ja krank So, dann würde ich sagen Wir haben es auch mal wieder genug für heute, ne? Mit Minen Ja, ja Also ich habe jetzt keinen Bock mehr, irgendwie Backarbeiter Rucksack Kohle drinnen 33 Redstone 33? Ich kann doch gar nichts mehr mitnehmen Tin, warum habe ich Tin dabei? Dann nehme ich halt Knochen weg, so Reicht ja auch erstmal So viel brauchen wir ja nicht Später dann brauchen wir viel mehr Das ist doch gar nichts, was wir jetzt haben Was noch? Ah Ach, hier ist der Zombies-Bau, ne? Hier leuchten wir mal aus Was haben wir denn hier noch so? Was für Kohle? Nein Du explodierst nicht Oder doch Auch wenn er mir keinen Schaden gegeben hat Ja, es explodiert Das ist sinnlos, ja Jetzt kommt noch um die Ecke ein Skelett Willst du mich verarschen? Komm, komm Ich höre dich doch Ja, wo kommt das scheiß Wasser denn jetzt hierher? Nee, schau ab Komm, schwimm hoch Schwimm hoch Leucht aus Kommt das scheiß Wasser her da Putz Das Wasser weg Ja, noch ein Krieg Ja, wir müssen mich noch Oh, noch etwas Gold Naja Das ich mir gerne aneignen will Äh An mich nehmen will Das schöne Gold Wir werden nämlich viel Gold brauchen Für Goldkabel Was ist das hier? Das Silbererz Was? Glasfaserkabel Nö Warum? Warum? Ja, warum? Ähm Ja, weil du Goldkabel brauchst Für was? Ja Für Mittlere Spannung Naja, wenn du Mittlere Wenn du Glasfaser nimmst Und die auf Einfach nur Dass da nur leichte Spannung rauskommt Oder mittlere Spannung Produziert wird über die Kannst du auch die nehmen Nö, nö Doch Das machen wir nicht Geht aber Haha Oh, der ist noch Du musst halt den Stromkörper haben Die Wenn kein Glasfaserkabel den Strom transportieren Ist das sinnlos Kannst aber Kann es Ich hab's doch gesehen Oh, noch ein bisschen Uran Äh Und wird man eigentlich nicht vergiftet Wenn man Uranerz einsammelt Keine Ahnung, wie geht's hier raus bis später Ja, warte, nehm ich wenigstens mit Ja, hinter mir war ein Creeper Ich wollte nicht, dass der mich jetzt exponieren lässt Ich hab aber noch Eisen gefunden Ich nehm hier nur noch schnell das Lapis mit Und hin Und die Kohle noch Und dann haben wir's Dann reicht das erstmal Dann können wir aber mit der Kohle Können wir dann genug Strom produzieren, weißt Ja Ich hab jetzt fast gar keine Kohle mitgenommen Und ich hab gar keine Kohle Obwohl wir brauchen noch eine Bettbox Wir brauchen eine Bettbox Du willst mich doch verarschen Diese blöden Creeper, ey Die stehen meilenweit entfernt Nee, jetzt kommen die noch näher ran, ey Oh, ich hab jetzt Fackeln weggeschmiert Kommen die ganzen Viecher her, das ist doch Ein Güterwaggon ist hier Teerölflasche 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 Kommst du jetzt? Füll dich hin Ja, ja Ich nehm nur noch, stell das Gold mit So Dann haben wir's auch Was da drin ist Nur eine Sache Also Kies Kies Oh, da ist Uranerz Ich kann's nicht mitnehmen, weil ich kein Eisen mehr hab Schade, aber naja Und das da auch rein Ja Nee Das vielleicht noch Nee, das wär auch so schon reingegangen Ja, genau Zum Glück hab ich da noch Koks Hier ist Koks drin Hey, wie viel Was ist das für'n Scheiß Ich geh jetzt hier raus, ich bin ganz tot Ja, warte Brauchst du was zu essen? Ja, warte, warte, ich bin tot, warte doch Bevor du stirbst, warte Ja, ich warte, komm jetzt her Ja, wenn ich festhänge Ja, aus Ich hab jede Menge zu essen Links Ich brauch nichts mehr zu essen Ich zieh raus Warum ist denn jetzt nicht? Ja, weil ich festhänge Wo springst du dann auch so schön, komisch? Ja, noch ein Creeper, hallo? Ja, komm doch her, du blödes Vieh, ey Und wer weg der ist, das geht doch überhaupt nicht Naja Ja, das ist ein Scheiß Wir brauchen unbedingt ne Rüstung fürs nächste Mal Ja Da steht doch schon wieder einer ums Eck So ein Drecksviech, alter Ey, alter, so ein Dreckviech Ganz frech ums Eck gekämmt, alter Ganz frech ums Eck gekämmt, ey Wo geht's denn raus? Achso, da drüben Da drüben Jetzt lauf, jetzt läuft der nicht Ich fress was So, jetzt kannst du wieder rennen So, der Weg nach oben ist bereit, können wir noch das Eisen hier mitnehmen Da drüben ist Gold Da hinten ist ein Creeper Da hinten ist ein Creeper Da Nix passiert Was ist denn jetzt? Kannst du mal die Rolle mitnehmen Ich bau sie ab Kann ich machen Weil ich Mein Bergarbeiter Rucksack ist nämlich grad voll Ja, ich bin Level 30, ich kann was enchanten Wir haben noch gar keine Enchantment Table Jetzt wäre ein Buch praktisch, könnte ich es auf dem Buch entscheiden Da ist mir überhaupt zu Ja, ja Wir haben keine Enchantment Table Da brauchst du auch kein Buch Hier ist noch Kohle, ne? Spiel dann schon mal raus Ich bräuchte ein Buch und ich bräuchte ein Enchantment Table Also zwei Diamanten und Obsidian, also Sechs Einen Diamanten haben wir ja schon mal Einen Diamanten Hast du einen? Ja Irgendwo Einen In der Kiste hab ich den gefunden Gut, wir können uns über diese Wie heißt die Dinger Minium, Stein, Dingsbums Da können wir uns ja dann Diamanten herstellen Ist aber aufwendig Ne, nö, du brauchst nur Eigentlich könnten wir uns über Industrial Craft welche machen Ja, da brauchen wir nur sehr viel Strom Nein, brauchen wir nicht Doch, nur Strom brauchst du Du brauchst nur Strom Nicht, äh, nicht den Ne, richtigen Diamanten Nicht so ein Es gibt nur noch richtige Diamanten Achso, das haben sie geändert jetzt Ja Ah ja Du brauchst nur jede Menge Kohle dazu Nö, du brauchst einfach nur sehr viel Energie Nein, du brauchst nur Kohle Doch, du brauchst nur die Variante, die ich da machen will Du brauchst nur Energie Ja, also die brauch, die interessiert mich ja nicht Ja, ja, natürlich Das ist mir viel zu uneffektiv Ja, ja, natürlich Das kann man brennen Kommt da rein, ja Ich schmeiß es jetzt nicht Oh, hier unten ist noch so viel Scheißdreck Komm jetzt auch ab, du Scheiß-Skelett Lass mich zufrieden Ich gebe deine Aim-Bot woanders hin, unten auf irgendwelche anderen Leute So, was haben wir denn hier unten? Ein Lava-Seer? Wir haben jetzt lieber einen Steck-Lock-Eisen Nö, haben wir eine Sechs Copper Keine Diamanten Keine Diamanten Ich mach das jetzt einfach mal mit dem Diamanten herstellen Okay Kannst du machen So, wir haben ja genug Uh So Also wir brauchen dieses Ding Also wir brauchen mal vier Eisen, vier Steine und ein Gold Nagel, ein Gold Dingsbox Haben wir noch Gold? Ne, wir haben kein Gold, ne? Hast du noch nichts gebrannt? Nein Ich bin grad eben erst gekommen Ne, ich mein, dass du vorhin schon mal was gebrannt hast oder so Nein So, ein Gold brauchen wir Vier von denen Brennt das Gold überhaupt? Jo So, ein Gold Vier Eisen Vier von denen So, haben wir jetzt einen träger Stein Da machen wir jetzt die Minium Scherben rum rum Und jetzt haben wir einen Minium Stein Jetzt brauchen wir Gold Vier Stück Dann kriegen wir einen Diamanten In der Kiste sind sieben, mehr hab ich nicht Hole Mehr gibt's auch allgemein nicht Ja doch, hier sind noch 14 drin So, na dann ist gut So, mal gucken So, dann geht man dann hier Das, 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 das Das und ich hab nen Diamant So, hier guck, ich hab nen Diamant Mhm Ja, ich seh ne Ich sehs, ich sehs Nie im Stein, da können wir dann Sehr viele Diamant Wie viel Diamanten brauchen wir jetzt? Zwei Ja ne, wir brauchen ja Obsidian Also brauchen wir Fünf Drei für die Diamantspitzhack, ne Also fünf, okay Das wird knapp mit Gold Aber egal Kling mal Der Zehn haben wir noch Ach ja, so Wir können uns grad ne Spitzhack machen Sonst brauchen wir mehr Gold Aber jetzt mach du erstmal deinen Generator und so Da ist meine Kiste Das ist meine Kiste Was sagt das? Ich Dein Gott und Herrscher Oh, ich hab schon zwei Diamanten Was ist das? Man braucht nur so wenig Gold für einen Diamanten Das ist eigentlich mit dieser Minimum Stein Ich weiß gar nicht, was für ein Mod das ist Das will ich gerne mal wissen Wir können uns ja aus Kohle später Diamanten herstellen Also wir können aus vier Pflastersteinen Feuerstein herstellen Aus Freierden Kies Äh, vier Erde aus Sandsteinen können wir Sand herstellen Aus zwei Stücken können wir wieder Eichen Also ein Holz machen Aus vier Holz können wir ein Eichenholz machen Aus vier Kies können wir ein Lehm herstellen Aus vier Sandsteinen können wir ein Lehm herstellen Aus vier Feuersteinen können wir ein Lehm herstellen Aus einem Lehm können wir vier Kies herstellen Aus zwei Holz können wir ein Obsidian herstellen Warte mal Wie viel Obsidian brauchen wir? weiß ich nicht also wir brauchen buch und 3 1 2 3 4 obsidieren aha also ich hab's ich hab die ultimative lösung für unser problem ein buch brauchen wir noch ein kohlechunk ein kohlechunk gewinnen wir aus kompressten kohleball und obsidian den kohleball also gut wir brauchen 1 2 3 wir brauchen 8 kohle 8 kohle das heißt aus einem stack kriegen wir einen diamanten kohleball ich hab jetzt den buch also ich achte von denen ich hab jetzt den enchantment table soll ich den machen